Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader mit einem Blick in den DAX, den DAO und das WTI starten wir in die neue Handelswoche. Ludger, ich grüße dich sehr. Heute gibt es ein paar technische Herausforderungen mit GoToWebinar. Das läuft nicht immer so hundertprozentig wie es soll. Von der Seite her hoffe ich, dass der ein oder andere Zuschauer von GoTo heute den Weg mit hierher auf Facebook findet. Wir blicken gleich auf die avisierten Themen. Ich lade auch jede Zuschauerin und jeden Zuschauer hier ein. Wer mag, bitte gerne rein in die Chats mit der ein oder anderen Handelsidee bzw. dem ein oder anderen Chat. Dann können wir das Ganze hier direkt auch mit besprechen. Ludger, das Glück ist uns hoffentlich auch heute im Trading wiederholt. Das ist ein hilfreicher Partner, aber man sollte sich im Trading natürlich nicht immer nur auf das Glück verlassen. Der Risikohinweis zuvor, den bitte ich hier in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann hier zu Verlusten führen. Gehen wir in die Planung des Tages mit einem Blick in die Tagesnachrichten hinein. Ganz so viel Aufregendes gibt es heute nicht. Wir haben ja in Deutschland auch eine geteilte Woche. Am Mittwoch ist Feiertag, der 1. Mai. Da sind die Börsen geschlossen. Also die Nachrichten etwas aufgeteilt. Morgen gibt es dann deutlich mehr. Heute um 10.10 Uhr eine Rede vom Bank of England Governor Carney. Und am Nachmittag kriegt es dann ein paar Raten rund um die Preisentwicklung hier in den USA. Wir sehen es. Ab 14 Uhr gibt es ein paar Daten zur Entwicklung der Preise in den USA im privaten Bereich. Das sind allerdings nur zwei Bullengöpfe. Also nicht so wahnsinnig dramatisch hier. Es ist aber mit zu erwähnen. Schauen wir in die Charts hinein. Wir starten, wie ich das auch avisiert habe, heute mit zwei Indizes und dem WTI. WTI, ja, was war da los am Freitag? Wir haben es gesehen. Die Zahlen letzte Woche am Ölpreis waren nicht ganz so gut. Der starke Schub nach oben letzte Woche, der war Nachrichten induziert durch Donald Trump. Der hat wieder mal ordentlich Bewegung reingebracht. Jetzt gab es Freitag einen deutlichen Schub nach unten initiiert. Beziehungsweise kurzer Rücklauf gewesen hier um die 65er Marke. Wir haben die Umkehrsignale oben schon bekommen. Da sieht man mal, wie gut es ist, wenn man das Glück bei sich hat. Diejenigen, die auf der Schurzseite unterwegs sind, die haben sich hier sicherlich ziemlich gefreut. Aber wir stehen ja jetzt hier an der Stelle und schauen, was kann denn heute am Montag hier an diesem Punkt mit losgehen. Und da sehen wir einen wichtigen Marker. Und zwar haben wir hier das Tagestief vom Freitag. Das ist das eine. Das haben wir gesehen um die 62,18. Und danach haben wir hier auch noch dieses Level, als dieser starke Schub nach unten den Trend gebrochen hat. Hier das war das letzte gültige Korrektortief innerhalb dieses Aufwärtstrends um die Marke von 62,96. Und hier kommt es jetzt drauf an. Der Markt ist hier ran gelaufen. Wir sehen es ja selbst auch. Kommt hier Schwäche rein, dann haben wir die Chance wieder Richtung Tagestief zu laufen. Und da muss man mal sehen, was da passiert. Bricht der Markt auch hier unten durch. Und dadurch haben wir den nächsten Supportbereich hier um die Marke dieses Trendtiefs hier bei 61,68. Das Ganze halt nach unten. Kommt stärker rein, ist der Weg nach oben. Wir sehen es hier in der Tageskerze relativ weit nach oben frei. Wie schon gesagt, hier der nächste Anlaufpunkt bei 65. Das lässt sich auch sehr, sehr schön erkennen, wenn wir uns das Ganze einmal im Stundenchart ansehen. Hier sehen wir diesen trendförmigen Verlauf nach unten. Hier oben um die 65, da gab es eine leichte Haltezone, wo der Markt wirklich nicht drüber konnte. Und dann die starke Dynamik nach unten. Und hier sehen wir es. Es ist halt sehr, sehr viel Luft unten drinnen. Und aktuell kommt auch noch nicht so richtig Stärke auf. Das heißt, so ein Szenario für weiter steigende Kurse ist aktuell nicht offen. Es sieht eher so aus, als wenn der Markt runter will. Das heißt hier, Szenarioplanung, Long und Short sind gut und gerne möglich, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Hier, wenn wir hier unten tatsächlich wieder drunter fallen. Hier, ich lege mal den Preis kurz drunter. Hier unten im Kurzfristigen unter dieser Marke. Dann setzt sich das Ganze trendig auch nach unten fort. Und wir haben dann tatsächlich auch die Chance, ins Tagestief vom Freitag, beziehungsweise dann noch etwas tiefer unter dieses Support Level hier unten rein. Ich hatte es besprochen aus dem langen, langen Trend des Tages. Wir haben es hier drüben zu sehen. 61, hier 61, 68. Da ist die Marke. Und das ist das, was wir in der Stunde dann auch als Anlaufpunkt nach unten haben. Das wäre das eine. Kommt es nicht zu tieferen Kursen, beziehungsweise dreht der Markt rum. Wie schon gesagt, nach oben hin ist relativ viel Platz. Da muss man einfach mal schauen, was wird hier. Hier war noch der kurze Spike auch mit nach oben gewesen. Mal schauen, was dort passiert. Aber im Öl momentan deutlicher Abgabedruck. Aber durch diesen starken Schub nach unten kann halt immer wieder auch ein Rebound kommen. Und der kann mittelfristig dann dazu führen, dass wir sogar wieder die alte Richtung nach oben hin aufnehmen. Das müssen wir allerdings vermarkt entscheiden lassen. Blicken wir als nächstes in den DAX. Wir sehen es hier. Ich hatte es letzte Woche Freitag auch avisiert. Ein Verharren auf relativ hohem Niveau. Wir haben hier vorige Woche Mittwoch einen Außenstab bekommen, in dem der Markt jetzt hin und her schwingt. Eher die Oberseite als die Unterseite sucht. Aber wir haben halt hier zwei wichtige Marken des Außenstabes. Auch da heißt also hier die untere Begrenzung bei 12.190. Die obere Begrenzung bei 12.351 Zählern. Das können wir ja hier sehen. Und hier kommt es jetzt wirklich darauf an, was passiert. Im ganz kurzfristigen Bereich. Wir sehen es hier oben. Wir haben den Level um dieses Tageshoch vom Donnerstag bzw. vom Freitag. Wir sind leicht oben drüber. Kommt hier Stärke rein. Dann wird es sehr, sehr spannend von der Verortung her, was hier oben geschieht, wenn wir oben drüber steigen. Wir sehen es. Es ist nicht so weit hin bis zu diesem Korrekturhoch hier aus dem Abwärtstrend. Das heißt, der nächste Widerstand ist auch schon wirklich in greifbarer Nähe hier. Die 12.471 Punkte Marke heißt also, schaffen wir es drüber, ist es gut und gerne möglich, dass wir hier relativ zeitnah auch mit oben reinlaufen. Ansonsten, wenn es einen Abprall gibt, dann haben wir hier diese Range des Außenstabes. Das heißt, hier kann man im kurzfristigen Bereich dann auch einmal schauen, ob man im In-Range Trading den ein oder anderen Peak suchen kann. Das heißt, hier an den Extremen zum Median bzw. wenn es weiterläuft nach unten hin. Da muss man einfach schauen, was kommt tagestief. Vom Freitag haben wir hier um die Marke von 12.246. Und dann folgt noch das vom Donnerstag, was relativ nah dran ist. Zehn Zähler tiefer bei 12.236. Das sind Marken nach unten, die bei einem Abprall durchaus eine Rolle spielen werden. Mit Blick nach unten hin. Und wenn wir schon den Blick nach unten richten und es kommt hier tatsächlich zu einer tiefer laufenden Korrektur, dann stellt der Bruch dieser Unterkante den Weg erst einmal offen ins nächste Tagestief hier um die Marke von knapp 12.100 Punkten bzw. auch hier dieses Ausbruchslevel, wo wir hier über diesen Hochpunkt drüber gelaufen ist, bei 12.031 Punkten. Und wer sich jetzt fragt, wieso denn dieses weite Tagestief noch weg? Ich habe ja auch schon mal gesagt, die naheliegendsten Tagestiefs sind hier viel, viel sinnvoller. Es ist ein Zufall, dass dieser Punkt hier am Tagestief ist. Wenn wir uns das Ganze mal im Trendverlauf der Stunde anschauen, werden wir sehen, dass das ein relativ gutes Level mit einer Relevanz ist, weil wir hier im Chart, ich muss das nochmal kurz etwas größer zoomen, dass wir sehen hier, das ist halt der Bereich eines Korrekturtiefs. Und das sind halt die Marken, die nach unten hin immer wieder gerne angetestet werden. Dort liegen möglicherweise dann auch Absicherungsorders von Händlern, die den Markt nach oben getradet haben. Das ist also alles hier in Ordnung. Wenn wir uns diesen Aufwärtstrend mal anschauen, der ist ja auch noch völlig okay. Der hat halt hier nur korrigiert. Wir haben diesen Korrekturtrend mittlerweile gebrochen und laufen jetzt wieder nach oben durch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten hier stehen momentan eher in Richtung einer Trendfortsetzung. Das sehen wir ja. Wir müssen halt oben drüber und dann die Kaufstärke wieder reinbekommen. Und damit wäre das Setup dann komplett vervollständigt. Erst wirklich, wenn wir hier unter diese untere Schwelle drunter laufen, das wäre dann ein Zeichen dafür, dass wir doch etwas tiefere Marktkorrektur vor uns sehen könnten mit Blick in den DAX. Und damit gehen wir mal rüber zum US-Markt hier. Den Dow Jones habe ich heute mal mit vorbereitet. Den gucken wir uns jetzt nicht in der Stunde an. Keine Sorge, wir blicken zuerst einmal in den Tageschart hinein hier. Und da sehen wir sehr, sehr schön, was wir oben aktuell laufen haben. Wir haben hier eine ganz vernünftige Korrektur gehabt. Auch hier haben wir einen Außenstab. Den haben wir hier auch am vergangenen Donnerstag bekommen. Die Oberseite hier begrenzt am Tageshoch bei einem Wert von 26.589 und die Unterseite liegt hier bei 26.304 Zählern. Das heißt also, wir können oben drüber erwarten, dass wir hier die Fortsetzung dieser begonnenen Aufwärtsbewegung in Richtung des übergeordneten Trends weiter angehen. Heißt also, nächster Level oder nächstes Anlauflevel nach oben hin ist dann hier oben erst einmal dieses Trend hoch bei 26.710 Zählern, bevor wir dann hier in den Bereich des All-Time-Highs mit reinlaufen können. Das haben wir ja gehabt im letzten Jahr bei etwas unter 27.000 Punkten. Das ist dann tatsächlich offen. Also im kurzfristigen Bereich kommt hier an dieser Stelle Stärke rein. Dann ist der Weg nach oben geebnet. Dann heißt es nur, was schauen wir hier am aktuellen Trend hoch, beziehungsweise den Blick dann hoch auf den Widerstand am All-Time-High zu richten. Dann prallt der Markt hier ab. Das sind ja auch wichtige Markenabpreisszenarien. Da hat man ja schon drüber gesprochen. Kommt es also hier zu einem Fehlausbruch, dann wird natürlich der Blick nach unten wieder gerichtet. Auch hier, wie ich das gerade im DAX avisiert habe, der ein oder andere mag hier dann gerne zugreifen für einen In-Range-Trade. Wir haben dann hier das Tagestief vom Freitag auch noch mit drin liegen bei der Marke von 26.364 Zählern. Und das Ganze dann, wenn es unterschritten wird, beziehungsweise wenn wir unter das Range tief drunter laufen, dann haben wir den Weg erst einmal offen bis ins normale Korrektur-Tief hier aus der großen Trendbewegung bei 26.065 Zählern. Das also hier der Blick in den Dow Jones. Es ist alles offen. Auch hier schauen wir uns das Ganze noch einmal in der kleineren Zeiteinhalb der Stunde an, weil wir haben ja gesagt, wir haben mittlerweile einen aufwärts trendierenden Markt und das sehen wir auch hier an dieser Stelle. Ich zeichne es gerne mal ein. Also der Markt ist von unten gekommen und jetzt haben wir hier mittlerweile wieder etwas nach oben Trenden. Und das bringt uns jetzt halt wirklich in die positive Szenerie hinein. Und hier kommt es jetzt wirklich darauf an. Wir haben hier am Tageshoch der Außenstab. Das ist das letzte Korrektur-Hoch sozusagen in dem korrektiven Trend. Der ist ja hier schön nach unten auch gelaufen. Und wenn wir das oben wirklich rausnehmen, dann spricht viel, viel, viel dafür, dass wir hier aufs aktuelle Trend hoch, beziehungsweise dann in Richtung All-Time-High mit hineinlaufen. Also all diese Dinge hier sind zu sehen. Die haben wir jetzt im Markt. Und damit können wir ganz in aller Ruhe den Handel starten. Wir haben jetzt unsere Triggerpunkte miteinander besprochen und können entsprechend in die Fein-Setup-Planung gehen. Das heißt, was gehört dazu? Dazu gehört natürlich, dass man nicht nur die Einstiegspunkte hat, sondern dass da jeder für sich selbst sagt, wie groß ist die Position, die ich traden möchte? Wo kommt meine Absicherung hin? Möchte ich einen kurzfristigen kleinen Schub traden, einen Ausbruch beispielsweise? Oder möchte ich einen Swing-Trade machen Richtung weiterer Hochs? All diese Dinge sind natürlich für die Setup-Planung wichtig. Das bitte jeder für sich selbst entsprechend auch beachten. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die Zeit hier heute Morgen wieder im Webinar. Allen gute Trades. Ich hoffe, der Tag geht so weiter, wie gut die letzte Woche aufgehört hat. Also dann allen einen schönen Montag und bis morgen früh. Den Blog gibt es spätestens 8 Uhr hier auf Tickmel. Und danach selbstverständlich wieder den Blick in die tickenden Charts mit der Einladung. Gerne Fragen stellen, Wünschmärkte gehe ich hier sehr, sehr gerne durch. Und damit können wir dann heute in den Handel gehen. Bis dahin allen alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.